Ich könnte was mit Klavieren zu tun haben. So diese neuen Hipster-Klamotten vielleicht, mit den ganzen Taschen hier und so. Ich würde da eher so an Foto oder Fotosoftware denken. Und ich würde an Musik denken. Ich würde jetzt auch an was zu essen denken, irgendwelche ausgefallenen Backsachen oder so. Was ist die Kamera? Panona kann Menschen konservieren ihre Erfahrungen, ihre Momente und re-experienzen sie später. Deswegen haben wir diese Kamera, die sich in den Luftwärmung verwendet. Und bei der höhen Punkt, wenn es nicht mehr bewegt, sie schäbt eine Bilder in jeder Richtung. Und man kann diese Bilder sehen, indem man ein Tablet oder ein Tablet in den Luftwärmung nachvollziehen. oder die Bilder auf Facebook oder Google+. Wir sind von Berlin. Wir studieren in Berlin. Wir lieben die Stadt, weil unsere Familie hier ist. Ich liebe die Atmosphäre und auch die Wetter. Wir haben viel Hilfe von der Center für Entrepreneurship von der Technik-Universität Berlin. Das hat uns geholfen, die uns zu bekommen. Das hat uns in Kontakt mit Partnern, wie sie Financieren Partnern oder Produkte Partnern. Und sie haben uns auch geholfen, zu finden Engenwerter und Arbeitnehmern, die jetzt in unserer Firma arbeiten, um das Produkt zu dem Markt zu bringen.